Moin und herzlich willkommen hier mal wieder zu einem neuen Info-Video. Tja, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, dass Knights of the Four Eternal Throne draußen ist. So hieß das Update, glaube ich. Lange nicht mehr gespielt. Und Bioware hat sich natürlich schon darum gekümmert, dass die angesprochenen Probleme eine Lösung finden. Sie haben dazu einen Livestream gemacht. Hier sieht man es am 15. Dezember gerade, haben sie darüber gesprochen, was wir denn für Probleme haben. Und diese Probleme, die auch natürlich von den Spielern sehr viel gemeldet wurden, wie man die angehen könnte. Und sie haben sich dazu ein bisschen was ausgedacht. Und das wollen wir heute mal durchgehen. Und die zweite Sache, die wir uns angucken wollen, ist noch etwas, was schon sehr alt ist, sehr lange angekündigt wurde. Und zwar zum 5-jährigen Jubiläum von SWTOR sollte es ja eine Collage geben mit vielen Spielercharakteren, Fotos, die sozusagen zusammen ein großes Bild ergeben. Und das hat Bioware jetzt umgesetzt. Das gucken wir uns am Ende noch an. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den neuen Informationen, die mit dem Update 5.1 in das Spiel integriert werden. Und ich habe mir die Informationen hier bei Dolphy geholt. Beziehungsweise man kann sich die sicher auch auf SWTORCantina holen oder auf verschiedenen Plattformen wird man dazu was finden. Beziehungsweise man kann sich auch einfach auf YouTube den Livestream nochmal angucken. Ist natürlich auch auf Englisch. Ich verlinke euch das alles unten in der Videobeschreibung, so wie immer. Da findet ihr dann alles. Gut. Wie gesagt, eins der Hauptthemen war halt, dass das Gearing-System durch das Galactic Command ein bisschen angepasst wird, ein bisschen verändert wird. Und das Hauptproblem ist ja, dass momentan ist es so, dass man eine 12,5% Chance hat, aus einer Kommandokiste ein Setteil zu bekommen. Das heißt, rein von der statistischen Seite her bekommen wir aus einer von 8 Kisten ein Setteil. Jetzt ist das natürlich so, dass wir sozusagen niemals oder selten das Teil bekommen, was wir irgendwann brauchen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt fast vollständiges Set haben und nur noch ein Teil fehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau dieses Teil bekommen, natürlich extrem gering. Weil könnten ja auch eins von den 12 anderen Teilen nochmal droppen. Und dieses Problem will BioWare angehen, indem sie eben da ein paar Anpassungen vornehmen. Das Ganze wird so aussehen, das ist hier im Bild sehr schön dargestellt. Hauptproblem, wie gesagt, war halt, es muss einen Weg geben, um einen spezifischen Gegenstand sozusagen zu bekommen, um halt diese Lücken zu füllen, wenn es gerade hier um dieses Set-Bony geht. Und wie gesagt, es gibt auch Leute, die sehr unglücklich sind mit Kommandokisten. Ich habe auf Reddit von einem gelesen, der hat irgendwie 50 Kisten oder 60 Kisten aufgemacht und hatte da insgesamt zwei Setteile drin. Das ist natürlich der Wahrscheinlichkeit entsprechend gering, wenn man von den 12,5% ausgeht. Also kann man auch sehr unglücklich sein, natürlich. Andere machen vielleicht drei Kisten auf und haben drei Setteile drin. Aber das ist natürlich auch wieder die Sache des Zufalls. Eigentlich sollte man ja mit gleicher Arbeit auch die gleiche Belohnung bekommen. Und wenn jetzt jemand 10 Level aufsteigt, dann sollte er die Chance haben, da drin auch mindestens ein Setteil zu bekommen. Deswegen wird BioWare das ein bisschen anpassen. Das Ganze wird so funktionieren. Und wie gesagt, hier in diesem Bild, wir haben zwei Möglichkeiten erstmal an diese zerlegten Rüstungsteile zu bekommen. Zerlegt heißt, das ist ein Token. Das heißt, da sind keine Stats drauf, da ist kein Set-Bonus drauf, das ist einfach bloß ein Token, das wir bei einem entsprechenden Händler eintauschen können gegen genau das Teil, was wir brauchen. Diese zerlegten Rüstungstokens erhalten wir aus Operationen von Bossen bzw. bei einem PvP-Händler. Der PvP-Händler fordert dafür diese zerlegten Komponenten. Wenn wir Kriegsgebiete spielen, bekommen wir zerlegte Komponenten. Haben wir ausreichend von diesen Komponenten gesammelt, können wir uns ein zerlegtes Rüstungsteil kaufen. Das heißt, wir spielen sozusagen 10-15 Mal PvP-Gebiete oder so in einer Woche, können uns dann zwei Teile dieser zerlegten Rüstung hier holen, meinetwegen Hose und Handschuhe bei diesem Händler. Alternativ können wir zwei Operationen machen, auf Hose und Handschuhe mit Würfeln und bekommen dann dasselbe Teil. Zusätzlich brauchen wir allerdings, um denn im Endeffekt unser Set-Bonus, unser wirkliches Gear zu bekommen, noch diesen Command-Token hier. Dieser Command-Token bekommen wir aus Command-Crates, also aus den Kommando-Kisten. Dabei soll es so sein, dass jede Kiste diesen Command-Token einmal droppt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Level aufsteigen, bekommen wir ein Token. BioWare will damit halt sicherstellen, dass weiterhin dieses Command-System, dieses galaktische Kommando genutzt wird. Und mit diesen beiden zusammen können wir dann sozusagen bei einem entsprechenden Händler für unsere Klasse genau unser Set-Bonus kaufen. Genau das Ding, was wir brauchen. Gut, ich muss dazu sagen, ich finde die Idee recht gut, dass man hier die, es macht, es ist natürlich wieder genau entgegengesetzt dem, was BioWare eigentlich machen wollte. Sie wollten das ganze System vereinfachen, jetzt allerdings produzieren sie hier so eine Figur. Aber natürlich, du kannst nicht den Spielern, nur wenn sie Kriegsgebiete geben, gleich so ein ganzes Setteil geben. Das wäre zu stark. Deswegen muss man sozusagen noch diese Zwischenwährung einführen. Gleichzeitig will BioWare natürlich, dass weiterhin man nicht zu schnell durch die Operationen an Gear kommt, sondern dass man es immerhin mit diesem Level verbindet. Man muss also immer ein Level aufsteigen, um so ein Ding dann auch eintauschen zu können. Gleichzeitig machen sie es aber auch ein bisschen einfacher, mit diesen Command-Tokens und den zerlegten Rüstungsteilen für die Twinks das Ganze zu gieren. Denn diese Command-Tokens sind Legacy-Wide, das heißt sie sind Vermächtnis-Wide und sind damit verschickbar zwischen den einzelnen Charakteren. Wir haben also keine Probleme mehr, wenn wir jetzt auf einem Twink irgendwo eine Operation gelaufen sind und da noch ein Rüstungsteil rum haben, dann müssen wir nicht da erst gucken, dass wir da ein Level aufsteigen, um da ein Command-Token zu bekommen. Aber wir können einfach zum Beispiel in unsere Vermächtnisbank gehen, weil wir da wissen, da liegen noch drei drin. Da können wir uns dann welche rausnehmen. Des Weiteren werden die retroaktiv belohnt. Das heißt, wir bekommen, wenn wir jetzt meinetwegen schon Level 23 sind, bekommen wir mit dem Update 5.1 am 24. Januar 2017, bekommen wir alle 23, 24, was auch immer, welches wir Level ja auch immer haben, bekommen wir die Tokens noch nachgeliefert. Das heißt, wer dann zum Beispiel schon 50 Level gemacht hat, der wird dann halt eben 50 Tokens haben und kann dann sehr schnell aus den Operationen sich das Gear sammeln und ausrüsten. Der wird kein Problem damit haben. Wer allerdings auf einem Charles Level 1 ist, logischerweise, wird dann nur einen bekommen. Gut. Wie gesagt, des Weiteren bauen sie hier in diese zerlegten Rüstungsteile wieder die verschiedenen Tierstufen ein. Das heißt, Tier 1 ist natürlich der SM, der Story Mode, Tier 2 ist der HC, der Hardcore Modus, also der harte Modus, der schwere Modus und Tier 3 natürlich der Nightmare, beziehungsweise wie er jetzt heißt, Master. Es ist so, dass der Endboss, sozusagen der Endboss, jede Operation wird ein spezifisches Teil droppen. Das ist festgelegt. Alle anderen Bosse, ja, droppen ein zufälliges Teil. Das heißt, da könnte sein, dass dann der Mainhand droppt, da könnte aber auch sein, dass da ein Gürtel droppt, Implantat, sonst irgendwas. Nur der letzte Boss ist festgelegt. Das wird dann, denke ich mal, irgendwann bekannt gegeben, beziehungsweise die Spieler werden es halt irgendwann rausfinden und eine Liste aufstellen, bei welchem Boss was droppt. Und bei allen ersten anderen Bossen, also der erste, zweite, dritte und so was, die haben halt einen zufälligen Drop. Und dann ist es halt so, wie es bis jetzt immer war, dass man halt in der Gruppe rollt am Ende, das Gier verrollt und jeder die Chance darauf hat, sowas zu bekommen. Es gibt natürlich ein Problem, es gibt vier Operationen, die haben nur zwei Schwierigkeitsgrade. Das ist einmal Kammer, also ewige Kammer, Karagas Palast, der Tempel des Opfers und die Wüter. Die haben jeweils nur den Story Mode, also Story, genau, und den Hard Mode, also Veteran. Da überlegen sie noch, wie sie das sozusagen machen. Alle anderen Operationen haben ja den Nightmare Mode noch hinten dran, da kann man dann wirklich auch das T3-Gier farmen. Was auch noch nicht ganz feststeht, ist, ob diese Command Tokens Kosten mit dem Tier auch erhöht werden. Also, dass man zum Beispiel für Tier 1 brauchst du für jedes Setteil ein Token, für Tier 3 brauchst du dann halt 5 Token, für jedes Setteil, um es einzutauschen. Weiß ich nicht, ob das so intelligent wäre. Man sollte, vielleicht sollte man es machen, okay, wenn man sagt, okay, Tier 1 kostet 1, Tier 2 kostet 2, Tier 3 kostet 3. Das Problem ist aber, dass gerade normal ursprünglich, wie es angedacht war, der Tier 3 Bereich ist ja nachher in den Leveln 180 bis 300, 181 bis 300. Und das Problem ist dann natürlich, dass man da sehr viel XP braucht, um überhaupt ein Level aufzusteigen. Das heißt, wenn man, das heißt, es könnte gut sein, dass man eine Operation macht und kein Level aufsteigt. Gut, okay, wahrscheinlich ist es so, dass der Nightmare genau ausreicht, um dann noch ein Level aufzusteigen. Aber selbst, wenn man aus einer Nightmare-Operation einen Teil bekommt und man ist nur ein Level aufgestiegen und hat auch keine weiteren Tokens mehr und braucht dann aber 5 Tokens, dann musst du sozusagen noch weitere Operationen machen, um die Tokens zu bekommen. Das heißt, im Endeffekt wirst du irgendwann da sitzen mit, weiß ich, 2 Hände voll zerlegten Rüstungsteilen, aber nur 2 Tokens. Da ist dann natürlich die Frage, ob das so sinnvoll wäre. Wie gesagt, dazu gibt es dann Händler für jede Klasse einen, aber wird auch integriert mit 5.1. Im PvP wird das Ganze ein bisschen schwieriger, weil wir brauchen, wie gesagt, erst diese zerlegten Komponenten hier. Die bekommen wir allerdings aus den Kriegsgebieten und wenn wir ausreichend haben, bekommen wir dann dieses zerlegte Rüstungsteil. Genau, auch dafür wird es dann diesen Händler geben, bei dem man das eintauschen kann mit dem Update 5.1 am 24. Januar. Und mit dem Update kommen auch 5 neue Aufstände. Und die Master in der Master-Mode sozusagen für alle 25 Kapitel von Cod4 und Quotet. Und natürlich die angekündigten Gearing Changes hier oben kommen dann auch. Es gibt auch im Januar noch einen Livestream. Da gibt es allerdings auch noch kein genaues Datum. Und da soll denn der Gruppen-Content ein bisschen mehr beleuchtet werden. Es soll auch für die Leute, die keine Ops oder PvP spielen, soll es eine Möglichkeit geben, dass die Command-Tokens anderweitig verwendet werden können. Ja, dass man sozusagen sie investieren kann und irgendwas Cooles steht hier. Also, dass die nicht sozusagen im Mülleimer landen, sondern dass man wirklich damit auch was tun kann. Weil es gibt ja auch Leute, die nicht PvP spielen oder Operationen, sondern weiß ich, nur H2s oder vielleicht ein bisschen Uprisings oder sowas. Also Aufstände. Also, was ich hier noch gerade sehe, es gibt einen Ruf. Also hier diesen Wailer, dieses Tapferkeitsrang. Da gibt es eine Bedingung auf dem Händler. Das heißt, das Gear an sich wird keine Bedingungen haben. Allerdings braucht man sozusagen, um das Gear erstmal einzutauschen, eventuell einen gewissen Tapferkeitsrang. Das heißt, so wird sozusagen BioWare dieses System auch auf den Händler vom PvP einführen. Bei den Operationen haben wir ja die drei Schwierigkeitsgrade. Und beim PvP machen sie es dann einfach über den Tapferkeitsrang. Du brauchst zum Beispiel Tapferkeitsrang, weiß ich, 60, um halt das dritte Tier erstmal zu kaufen. Bevor du das nicht hast, wirst du an das Tier 3 nicht rankommen. Genauso ist es halt in den Operationen, du musst den Nightmare machen, wenn du das Tier 3 haben willst. Wenn du den Nightmare nicht schaffst, kriegst du auch kein Tier 3. So ist das einfach. Ist sehr sinnvoll. Muss man halt gucken, dass es mit der Tapferkeit dann nicht übertreiben und für Tier 3 dann, weiß ich, Rang 100 oder sowas erfordern. Das wäre dann eventuell ein bisschen viel. Gut, das aber wie gesagt zu den Änderungen des Gering-Systems für das Galaktische Kommando. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum 5 Jahre Collagen-Projekt. Ben Irving hat sich in so einem kleinen Text nochmal bedankt. Gedankt, wie schön doch das alles war und sowas. Und ja, dann ist diese Collage hierbei entstanden. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Also wir sehen, es ist im Hintergrund zu sehen das ursprüngliche Bild von Star Wars The Old Republic. Ja, das Originalbild sozusagen, was auch auf dem Spiel damals, was man kaufen konnte, drauf war. Beziehungsweise, weiß ich, auf diesen Packungen für die Game-Cards und sowas. Und was auch der Original-Hintergrund, der Ladebildschirm-Hintergrund war für SWTOR. Und wir wollen uns das jetzt mal genauer angucken. Und dafür springen wir mal kurz. Und da fällt mir ein, dass ich noch was vergessen habe. Das suchen wir natürlich fix noch aus. Ich habe nämlich im ersten Ankündigungsvideo für Knights of the Eternal Throne, habe ich auch davon gesprochen, da wurde das ja angekündigt. Allerdings ist davon noch nichts angekündigt worden, welcher das sein soll. Da hören wir jetzt einfach mal rein kurz. Des Weiteren soll es ein Collagen-Projekt geben, bei dem jeder Spieler die Möglichkeit hat, ein Portrait seines Charakters an Bioware zu senden. Dann werden alle Porträts zusammengebastelt und ergeben dann eine riesige Collage. Und einen Link dafür packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr sowohl die Mail-Adresse, wo ihr das hinschicken könnt, als auch die Bedingungen davon, wie das Bild aussehen muss. Ja, also wenn wer Lust drauf hat, seinen eigenen Charakter nachher auf so einem großen Bild aus Charakteren zu suchen, dann nehmt er auf jeden Fall teil. Ich denke mal, ich werde da auch was hinschicken. Und ich denke mal, man kann auch mehrere Sachen hinschicken. Mal schauen. Wie gesagt, wer Lust hat, ich hoffe, dass da einige Spieler mitmachen, damit das wirklich eine große Collage wird, dass man da wirklich was drauf erkennen kann. Dass man viele verschiedene Charaktere hat und sich auch mal angucken kann, wie die anderen so im Portrait aussehen. Klar, man sieht ja immer wieder Spieler, wie sie auf der Flotte rumlaufen und sowas. Und ab und zu guckt man sich auch mal an. Hey, guck mal, der hat aber ne schöne Rüstung. Aber es gibt so viele Spiele, gerade auch von den anderen Servern. Da gibt es ja so viele verschiedene Geschmäcker. Einfach mal interessant zu sehen, wie die anderen denn so ihre Charaktere gestalten. Gut. Genau. Sehr interessant, das mal zu sehen. Und jetzt, wie gesagt, wir sehen auf diesem Bild ganz viele kleine Quadrate. Also, das sind einige, die mitgemacht haben. Ich habe mich gestern mal hingesetzt und mal durchgezählt. Wir haben 56 in der Breite und 87 in der Höhe. Das heißt, wenn man das ausrechnet, sind wir bei 4872 Portraits. Gehen wir davon aus, dass hinter jedem Portrait ein eigener Spieler steht, dann sind das immerhin fast 5000 Spieler, die noch hier mitgemacht haben. Natürlich könnte es sein, dass irgendjemand zwei Bilder hingeschickt hat. Das kann man jetzt nicht bestätigen oder eben kann man halt nicht nachweisen, weil die Charaktere sind halt so unterschiedlich. Und wenn man es an zwei Orten aufnimmt, dann ist es sowieso nicht mehr nachweisbar. Aber dennoch beeindruckend, wie viele da zusammengekommen sind. Und ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe mir das hier auf diesem, hier unter dem Link, den poste ich euch auch unten rein, kann man sich die Vollversion runterladen. 27 MB ist ziemlich groß, das Bild. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Da haben wir es nämlich. Ich habe mich mal runtergeladen. Wenn wir jetzt hier mal ranzoomen, dann sieht man, jedes einzelne Bild ist immer ein Charakter, der irgendwo rumsteht. Hier haben wir irgendwo auf Ziost war es, auf Odessan, natürlich auf Javin, das ist auf Rishi hier zum Beispiel, auf Cori, ne Quatsch, das ist Storm und Kars. Ganz viel verschieden. Hier haben wir Coruscant, Statuin, findet man alles. Und Bioware hat sich auch wirklich ein bisschen Mühe gegeben. Man sieht hier ganz deutlich, dass hier hintergelegt wurde, sozusagen das Originalbild. Aber was man deutlich erkennen kann, ist zum Beispiel, dass hier im Lichtschwert halt hauptsächlich Bilder hinterlegt wurden mit bläulich-weißem Hintergrund. Also Hot zum Beispiel, die hier so in so einer Schrägen drin sind, hinter dem Lichtschwert, genau. Genauso haben sie sozusagen hier in der Mitte, wo es heller ist, so ein bisschen die helleren Bilder genommen. Und hier, wo es ein bisschen dunkler wird, dann wieder die dunkleren Bilder. Und hier unten, wo es so ein bisschen rötlich schimmert, das sind dann ganz viele Bilder von Oricon, Tatooine, Drum und Kars, Nashadar, Korriban natürlich. Und, also, sie haben sich da schon ein bisschen Gedanken gemacht und das schön durchsortiert. Und auch hier unter der Linie zum Beispiel liegt immer ein Bild drunter, was so ein bisschen rötlich gefärbt ist. Und auch wenn man sich hier so ein bisschen diesen Schriftzug hier anguckt, da drin, da sieht man, dass da doch ein bisschen mehr die rötlichen Bilder sind, während hier drumherum eher bläuliche Bilder sind. Also, sie haben die schon ein bisschen durchsortiert, nicht einfach alles aneinander geklatscht. Und, äh, ja, gefällt mir wirklich gut. Und ich habe mich jetzt gestern einfach mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ne, ich habe ein Bild hingeschickt. Das kann ich euch hier zeigen. Das sieht so aus. Das ist der falsche Bildschirm. Da ist es. Das ist auf der, das ist mein Juggernaut, auf der imperialen Flotte. Und zwar, wenn man oben im VIP-Bereich hier steht, kann man als Juggernaut diese Holo-Figur anwählen und dann mit dem Hütersprung, beziehungsweise beim Juggernaut, das ist das Intercede, anspringen. Und dann steht man sozusagen da oben auf diesem, äh, extra Ring und, äh, hat einen wunderschönen Ausblick und, ja, auch ganz gut, um der Rakul-Seuche zu entgehen, weil da oben kommt halt keiner hin und sprengt sich in die Luft. Das machen sie ja alle unten, wo so viele Leute stehen. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ne, ich meine, dieses Bild, den Charakter jetzt zu suchen, wäre schwerer. Weil, wenn man sich das anguckt, ist der Charakter eher, ich sag mal, recht dunkel gehalten. Ja, mit schwarz und rot und drumherum ist es auch sehr dunkel. Das Einzige, was heraussticht, ist die blaue Holo-Figur. Das heißt, ich habe mich einfach auf die Suche gemacht nach dieser blauen Holo-Figur. Und ich bin losgegangen und habe mir hier oben die linke Ecke genommen und bin einfach hier immer durchgegangen und habe diese blaue Holo-Figur gesucht. Und bin dann erst den Rand durchgegangen und hier unten war ich dann, da ist mir dieses Bild hier, direkt ins Auge gefallen, weil da halt eine blaue Holo-Figur war. Habe ich aber festgestellt, okay, das ist ein Zabrak, der auch irgendwie drei Meter breit ist gefühlt. Ist ein bisschen in die Breite gezogen, passt nicht zu mir. Habe weitergesucht und habe am Rand erstmal nichts gefunden und habe dann sozusagen gesagt, okay, dann gehe ich hier, gehe ich hier so ein bisschen hin, suche mich hier so aus und gehe dann hier sozusagen weiter. Ich wusste, okay, hier bei den roten Bildern wird es nicht dabei sein, das passt einfach nicht. Und hat nicht lange gedauert, dann habe ich da unter Malgus' Auge dieses Bild gefunden. Und wenn wir uns mal angucken, das ist das Bild. Das heißt, BioWare hat wirklich, okay, sie haben es ein bisschen quadratisch geschnitten, ja, aber BioWare hat wirklich die Bilder verarbeitet, die man ihnen zugeschickt hat und nicht irgendwelche und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch mitgemacht hat. Ihr könnt euch ja mal auch suchen dann, falls ihr mitgemacht habt. Ich auf jeden Fall habe mich gefunden, gleich unter Malgus' linkem Auge hier, um genau zu sein, da ist mein Bild mit dabei. Wie gesagt, super tolle Aktion, dass sie das durchgesetzt haben, umgesetzt haben. Finde ich echt cool. Gut schon. Okay, gut. Ja, das wäre es dann praktisch gewesen für dieses Video. Wir haben alles durchgesprochen, wie die Informationen und sowas. Da wird es dann nachher im Januar zu dem Livestream noch ein paar mehr Informationen geben, beziehungsweise dann werde ich eventuell auch so ein Patchnotes-Video machen am 24., wenn dann das neue Update da ist. Jetzt gerade läuft ja noch das Live-Day-Event. Das heißt, ihr könnt wieder fleißig Schneebälle schmeißen, Pakete sammeln. Übrigens, kleine Information, wenn ihr ein schneebedecktes Paket bekommt, weil ihr irgendwen mit dem Schneeball abgeschmissen habt, bekommt ihr 20 CXP. Das heißt, wenn man sich einfach auf seine eigene Festung zum Beispiel stellt, kann man das einrichten, dass man sozusagen im 5 Meter Abstand zu seinem Companion steht und dann einfach immer wieder ein Schneeball auf den Companion schmeißen, dann beim Companion den Schneeball-Buff wegklicken mit dem Rechtsklick und dann kann man wieder den Schneeball schmeißen. Das heißt, dann kann man recht schnell doch ganz gut die Pakete farmen und bekommt gleichzeitig noch ganz ordentlich Command Experience. Würde ich also auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß, natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, sollten wir uns bis dahin nicht mehr hören. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch wie gesagt frohe Weihnachten bis demnächst. Mein Name ist Theodor und ich bin raus. Tschüss. und ich bin raus. Untertitelung des ZDF, 2020